hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play moin an hofer 2 multiplayer wieder mit gordon im team dann rappen wir jetzt ein bisschen sagst du ja hab ich auch gehört ja warum nennst du nicht will die wong wodka wenn der wonka heißt beide hier was war das denn ja was ist wird warum ich hab gesagt beide sind da du hast dann im visier gehabt und hörst auf zu ihm guckst weg du warst du im aufzug er ist außen rum gegangen jetzt sein ernst ist patrick jetzt schon weg ja was hat er noch gesagt von wegen organisieren er sucht die karte einer bei uns am swan von hinten von hinten von hinten er ist stark an dem frack er ist verlaut jetzt erzähl's bring die mission zu ende ich hab ihn sogar echt gesehen er hat er hat auf meinem büro stuhl gesessen weißt du noch er habe ich nicht echt ohne scheiß nicht gesehen und ich vergesse immer die rpk mir rein zu packen ins waffen set die wollte ich unbedingt mal ausprobieren rtd das ziel verteidigen das ziel verteidigen ich hab auf dich gewartet mein freund ich bin echt an anderen mitgegangen irgendjemand ist durch die mitte gegangen wo spawn bei denen rechts raus ja hast du den post stempel nur kontrolliert ne jaja jetzt müsste man ja schon sterben ja lass mich guck mal guck mal äh Willi mach den harnig wie das denn auch gut antwort nicht ich konnte gerade nicht zielen hat das gesehen links 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 rechts hinten raus da deren sporn fenster rechts ja da das fenster ist zu da hat er aber durchgeguckt so ist das also ja er ist noch hinten im büro auf jeden fall jetzt geht er nämlich unten aus dem keller raus weil er nämlich weiß ist jetzt ist er nämlich wieder da oben hast du da oben gucken alter die scheiß fliege so wie ich wusste für dich da kannst du das glas kaputt machen so dachte ich mir jetzt auch warte noch mal die mücke macht mich echt nervös so wie deine mom alter was ist denn da los das wird tief gehen spannende runde lukas hinter dir die zeit wird knapp hast du denn da gesehen ja der war da die bumme wurde platziert verdammt alter wieviel schluckst du sehr gut er hat das sind leicht orientierungslos alter wieviel hast du gerade geschluckt aber das ist im tod springen da mit dem selten runden müssen wir noch mal üben halbzeit zeit suchen und zerstören wir haben die wollen habe ich nicht angehettet lukas das war schlecht ohne spaß ich habe keinen einzigen der gegner gesehen ich habe fast jeden schuss getroffen ja sieht man sieht man quasi alle quasi alle ach deine mutter mann wo ist er konnte ich nicht sehen der ist bei mir bei b hat mit schalldämpfer auf mich geschossen ja wo bist du denn lol ach da der ist unter dem helipad ja genau wie gut man mich sehen kann auch scheiße alter du musst echt mal eine andere zweitwaffe nehmen du machst das irgendwie best taktik eu der ist bestimmt mal im spawn von unten ja gell wegen minecraft ich kann jetzt nur am wochenende spielen ja nein alter wie ärgerlich ist das mein gott nein was kannst du lukas ich kann nur am wochenende als spielen nur am wochenende ja warum das denn wegen meinen medien noten ja was ist denn für noten musiknoten schulnoten einer war gerade auf lang 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 ja gut lassen wir das was du siehst denn oder da rechts 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 teleporten ja ich wollte gerade waffen wegstellen damit habe ich nicht gerechnet dass er direkt da war ok weißt du was ich spiel jetzt mal ernst jetzt jetzt mach ich mal ernst ja jetzt 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 pass auf jetzt mach ich mal ernst und zwar ja pass auf pass auf ich auch das ziel verteilt ja ah ja ja feindliche vorräte feindliche aufklärungsdrohne gesichtet er kommt hinten rum ja ich weiß er ist da ganz hinten in der elke ah die junge bist du bescheuert oder was da hab ich dich da hab ich dich egal wir führen noch naja wir haben wir haben nur ein das ziel verteilt naja also ich geholt ich hätte dich gerade fast ja ich hab's gemerkt ja ich hab's gemerkt ich bin mir das neuer ziel oh oh hört sich nicht so gut an verdammt ach du warst ganz leicht ach du warst ganz leicht ach du warst ganz leicht willst du mich eigentlich verarmen und es geht in seinen in seinen keller das ist jetzt ja in welche richtung vom keller seine richtung spawn ja da ich dachte mir auch gerade so wie tf bist du denn nein nein immer tab und ich sieht man da und mein tod ist oder nicht die doch text links neben dem namen genius okay danke dort habe ich sogar tatsächlich jemanden angehittet das war ich nicht mal das war justin alter wie du bist denn gerade rum ist nicht feierlich aber ich bin der tue wo ist unser wo ist unser glanz in der ahnung ja komme ein punkt führen die ja ja aber achte unsere kd geht gar nicht ja doch die bücher wie ich den wieder nicht gesehen habe ich dir wieder nicht gesehen habe was macht man da man gesteht sich nicht die fehler 1 und sagt sich okay ich brauche ein fernseher mit mehr farbauflösung der ist bei mir hinten am sporn von uns ich wollte mich gerade nach da drehen die dreckige ratte die Wir spawnen, sind spawnen. Falsch. Doch, ich seh'n. Da kommt bald wir raus. Sondern wir zurück zur anderen Seite. Er ist wahrscheinlich Keller gegangen. Ja. Der ist Keller gegangen. Ja, Keller war. Okay. Der ist raus hinten am Kopfnähen. Alter! Ich seh'n. Ich bin nicht getroffen. Er ist unter dem kleinen Häuschen. Ich glaub, der ist auf dem Kran. Der ist voll geil. Helipad. Hinter dir, hinter dir. Ach, fuck doch. Mann. Guck mal auf den Kran. Oder auf das Ding, wo der Tank steht. Alles gelogen. Alter. Wenn du Lüge erzählte. Nein, nein. Ja, YOLO, ne? Ja. Ja. Hat kein Lüge. Bombe, erlacht. Oh, wir waren jetzt nicht verfolgt. Die Drohne online. Ah, schau. Zum. Hey, ist die Drohne weg? Nein. Alter, war's ein Pingvorteil. War's ein Pingvorteil. Der ist noch nicht vorbei. Nein. Wo geht's? Was war das, lol? Was willst du eigentlich mit Pingvorteil bei mir? Ja, Junge, keine Ahnung. Ich war tot, bevor ich dich gesehen hab. Ich glaub schon, wir müssen das gewinnen. Ja. Aber du bist Horst. Ja, eben. Aber, naja, egal. Ich bin ein Flame. LOL. Mein Name. Loll, Justin, ey. Badass. Nug bitte die Tasten für deine Abschlussserien mal aus. Spawns am Spawn. Hinter dir. Rennrichtung B. Nein. Aber er ist noch auf unserer Seite. Ja. Loll. Ich hab's nur gewusst, guck. Du warst im kleinen Häuschen. Du warst im kleinen Häuschen. Ja, ja. Und du dann auch. Und dann, guck mal, dann war er tot und dann kam das Messer. Zack. Ah, scheiße. Versuchen und zerstören. Das Ziel verteidigt. Hitmarker, dein Ernst. Hitmarker, dein Ernst. Ah, guck mal. Loll. Loll. Auf klar, genau. Hast du mir den Arsch gerettet? Wie hab ich den denn gehittet? Guck dir mal an, Alter. Hast du mir den Arsch gerettet, ey. Guck dir mal an, Alter. Irgendwie sah's bei mir aus wie No Scope. Loll. Der war ja mindestens 100 Meter daneben. Ja. Versuchen und zerstören. Das Ziel verteidigen. Nee, so nicht. Ja, mach ich auch. Warum nicht? Ah, fuck. Loll. Ich hab schon beide gekillt. Alter. Geht vielleicht einfach mal einen anderen Weg. Das ist doch nicht mehr feierlich hier mit dir. Das Ziel zerstören. Ja, so, Justin. Sagst du scheiß auf die Bombe? Ja. Alter. Na, bei dir, bei dir. Ich geh. Äh, ah. Bei dir, bei dir, bei dir. Nein, ich hätte ihn bekommen mit der Predator. Ja. Ja, die Predator war ein bisschen für daneben, sagst du? Ja, ich konnte noch rumlaufen. Boah, Quickscoper, boah. Wie er nur mal No Scope, ey. Ja, einfach aus Prinzip. Alter. Boah, Justin, du bist so weit. Einer läuft, einer läuft auch, äh, da, also, die sind beide. Der andere läuft zu B rüber. Boah, ich bin die Runde so scheiße und es ist nicht mehr glaubbar. Der war drauf. Ja, beschwer dich beim Spiel. Ja, der war drauf, hör bei mir. Yo. Ey, boah, der Garten. Besuchen und zerstören. Das Ziel zerstören. Erst mal Runde falsch schreiben. Bombe, erlacht. Alter. Was zur Hölle ist? Bam. In your face, du hässliche Schlampe. Aber komm. Bitte. Ein bisschen Skill. Äh? Das war Vollskill, Junge. Du was? Die komplette Killcam im Hardscope. Ja und? Alter, was bist du für'n Spawn? Wo war der? Wo war der? Wir haben Spawn bei uns. Läuft zurück. Soll ich's wagen? Mach doch. Einfach. Wieso ist da eigentlich, was ich mich schon immer gefragt habe, im Turm drauf? Auf die Bombe autoklassiert! Wo? Auf. Den Bombenpäckchen. Ein Turm? Ja, da ist ein Turm drauf. Da ist doch kein Turm drauf. Ja auch, da ist ein Turm drauf. Was hat denn für ein Turm? Ja, keine Ahnung. Der defused nicht, sondern hat nur angekackt. Ja. Weiß. Ich hab's gesehen eben da hingehen, oder? Ich hab's gesehen eben da hingehen, oder? Da ist ein Turm drauf. Siehst du den Turm? Nee. Ah. Wir haben die Runde verloren, aber es ist noch nicht vorbei. GG. Seitenwechsel. Jetzt sehen wir noch. Ja, bestimmt. Besuchen und zerstören. Das Ziel verteidigen. Aufklärungsdrohne gesichtet. Boah, ich will probieren mal die Aufklärungsdrohne mit einer Fervention zu killen. Alter, guck mal, guckst du dir an, ich hab die Waffe gewechselt, blieb an der Treppe hängen, an der Leiter, ja? Guck mal, alles ist schiefgegangen, hier, gewechselt, dann bin ich hochgelaufen, dann ist er wieder runtergesprungen, dann hätte er nochmal die Waffe gegriffen, ist doch alles für ein Arsch, ey. Gordon, sie ist ein, du bist einfach schlecht. Das Ziel verteidigen. Alter. Der war da. Einer läuft ganz rechts, über B, hier raus, über A raus. Predator. Nice. Der Fight blockiert unser Radar. Alter. Woher wusstest du direkt wo ich war, ey? Ja, einschüttel ich auch. Ja, halt's neu, ihr habt einfach nur Glück gehabt. Ja. Ja. Ja, opticang. Äh. Wir werden runtergefallen. ράger guar. acontecer. gin. ah der helipot ganz unauffällig wie du aufgehörst zu reden also mein elm gerade am ende echt mal vom mitten drin so ganz ob hier so mhm Leute Justin hab ich dich angeht ja Fail das geht nicht Geht eigentlich nur mit Warhack Feindliche Harrier im Anflug Oh Nein Ich hab's dir das so Was passiert, wie ist er gestorben? Er hat seinen Teammate durch die Harrier gekillt Der ist noch am Spawn Der ist gerade rausgelaufen Wohin? Richtung A Boah Lukas, das ist halt aber echt schlecht Ich hab dich nur mal gesehen Du hättest mich so killen können Das war aber echt stark Nubi Nubi Ach Gordon GG Junge Du hast 18 Tipps hier Ja, ich hab 1911 Alter Also die Harrier, wie tief geht die denn bitte? Ja, der will teabacken What the fuck? Den fliegt denn der bitte Danke fürs Zuschauen und haut rein Ciao Ciao Das war's 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017